Ich sag immer so, so wie es im Wald scheint, scheint es auch wieder zurück. Lieber eine dunklere Hose dazu? Nein, das sieht süß aus. Aber süß ist nicht das Gute von schön? Du weißt doch gar nicht, wie die Sprichwörter gehen. Ja, ich weiß. Wenn ich rausgehen sollte, möchte ich, dass du dich verbeugst und weinst. Vor wem? Vor mich? Vor mir heißt es. Auf keinen Fall. Mein Name ist Joey Heinle. Mich kennt man durch diverse TV-Shows. U96, meldet sich ab zum Dienstabend getreten, probt! Okay! Manchmal hört man dann das und der andere hört das und dann ist das halt irgendwie so bla 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 und dann passiert da mal ganz schnell irgendwas unglücklich. Ihr seid beide echt total coole Menschen und harmoniert und habt das Herz am richtigen Flagg. Du glaubst doch kaum, dass du gehst. Du bist ja die Mutti, Alter. Weiß ich nicht. Du glaub es mir. Und wenn es nicht so ist, dann fress ich einen Fisch. Aber einen rohen. Ich weiß ja, dass ich nicht fit bin. Weil es halt nicht sportlich ist. Also ganz ehrlich, also fit, du hast die ganze Zeit heute deine Stange gehalten. Das tut weh. Aber, ja komm, alles gut. Ich geh heute. Weil ich bin einfach ein krasser Kämpfer und das wissen alle. Und das Ding ist, du bist halt, ich bin nicht so unterhaltsam wie du. Ich laber zwar auf irgendwelche komische Sachen, aber du bist halt die Creme aller Creme. Ich hab nicht verstanden. Und unter solchen schweren tropischen Klimabedingungen ist das einfach alles schwierig. Und die Sonne scheint. Und ihr macht es jetzt mal alleine. Und wenn es nicht geht, dann machen wir einen Dreier. Da kann man nicht viel besser machen. Da muss man einfach koordiniert arbeiten. Es tut schon ziemlich weh. Aber das ist das Spiel. Wenn es so sein wird, dass es eine Unentschieden gibt, wird Marc nicht rauswohnen. Es wäre dumm, wenn das nicht macht. Ja. Boah, das wird so ein Kopf an Kopf rechnen. Am Ende. Und das krasse ist, ihr habt die ganzen, ihr müsst das ja alles verkraften dann. Das werde ich ihnen glaube ich auch gleich sagen, weil es liegt mir auf meiner Brust. Oh, du mein Holderabend. Was heißt das? Wie? Nee, es war gut. Alter. Beruhig dich mal, Alter. Komm mal runter jetzt hier. Ich bin verdammt stolz auf mich. Was ich alles schon geschafft habe. Und deswegen gehe ich mit erhobenen Händen hier raus. So die Krab. Ich gehe zurück zum Hotel. Ich bin fertig. Ich bin der Show. Bist du bereit für den Takeoff? Los geht's. Bist du bereit für den Takeoff? Ich bin der Tag für die Krab. Ich bin der Tag für den Befest. Ich bin der Tag für den Tag.